und jetzt noch mal und dann alles tausend sie ziemlich einfach muss wirklich jetzt kein special knapp drücken dann noch mal abtau so muss einfach nur halt nach unten drücken in den left, äh, right stick so, den werden wir jetzt ganz gestürzt smashern kannst du smashern, weil ich schmorschare den smashern wäre ja schon richtig zu tode ja ok, das war cool jetzt und so das war total sinnlos na gut meine position ist westlich vom Bahngelände Anderson, was ist deine Ankunftszeit? ich bin oben auf dem Weg zum Kircheneingang bin drin apropos ich hasse Kirchen naja, äh, wir müssen hier hoch ich habe die Kirche erreicht ich habe die Kirche erreicht ich gehe weiter zum Kirchstum ok, würde nicht schaden, wenn du ein paar heilige Marias in unsere Richtung schenkst diese Radarseite scheint schwer bewacht zu sein mal sehen, was ich tun kann Anderson out ah, Wortspiel und so ähm, pssst in Position stelle Kaliber 50 auf was ist hier der Plan? hier ist Keller ich komme mich um den hier 3-2, hast du von deiner Position aus Sicht? passt Roger, ich sehe dich hier ist die Berghochdeckung Curtis und Nichols ihr seid bei mir Dias, du hältst Ausschau die anderen diese Position für den Abzug sichern Anderson, halt uns den Rücken frei roger ich versuche euch ein paar Ziele übrig zu lassen wir haben einen Feind auf dem Steg vor uns nicht schießen Feuer einstellen, abwarten wo willst du hin, Kollege? Unterstützung, wir sind hinter dem Steg knall die Wache ab, wir werden die Leiche wegräumen ganz schön los Paket sicher Paket sicher ach, die Scheiße Abwarten und Tee trinken Oha Feuer, sobald sie sich den Rücken zukehren wir müssen so lange wie möglich unentdeckt bleiben Guter Schuss erledige den anderen Boah, der war im Lauf Seht gut aus immer schön heißer sein Feind links von dir auf dem Balkon zack und Auge weg ihr könnt hochkommen, Kollegas oder ist nur noch ein Weiner was schön ist, ich muss jetzt hier halt nicht Visieren drücken Andersons Status und weiter bestätigt, wir hast du hältst Ausschau die Bucht wurde gesichert rücken zum nächsten Kontrollpunkt vor in alle Richtungen aufpassen Leute Kontakt Scharfschütze am Turm mach ihn alle bevor er die Toten auf dem Feindlicher Heli Feuer einstellen, Feuer einstellen Miep Anderson, du musst abwarten wenn er uns sieht, wir uns bestellen Ach, was? bestätigt ist doch Philipp Ball ist das Ding Lass ihn gehen Lass ihn gehen auf diesem verdammten Turm nicht bewegen Ah, bleib stehen Nur noch etwas länger Hätte ich gehabt noch prozentig Frei, leg an Da muss eine Sichtweite kommen Ja, 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 jetzt warte mal Alter Meine Schätze Ziele eliminiert Drei Ziele Wir müssen gleichzeitig schießen Äh, ich kann mal ausdrucken, wen ich will Nimm ich mir den hier Nimm den ersten Schuss Wir übernehmen den Rest Eieieiei Eieiei Das war zu schnell Der schlechteste Schärfschutz den es gibt eigentlich Bereich ist drei So, lauft mal ihr Schweine Da kommt jemand Verstecken Patrouille geradeaus Zwei Nenner Lass ihn nicht deinen Arm auslösen Nenner weg Schalt ihn aus bevor es zu spät ist Ich steh ihn immer mit Alles frei, beide Sehr schnell Drei eins aufpassen Ich habe hinter den Gebäuden Keine Sicht auf euch Oh, da hält mich schon immer wieder Alles klar, bereit zum Sammeln Over Cole, ich lauf rüber Gib mir Entdeckung Dias, ich habe zwei Ziele in deinem Einsatzbereich Einer auf der Plattform in deiner Nähe Der zweite auf der Brücke Den knöpfe ich mir vor Alles klar Das knöpfe ich mir vor Paz im Lauf Ha, 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 ha Arsches Dusa Den nehme ich auch noch mit Luft ist rein Alles klar Drei vor uns Nichts machen, lasst uns abwarten was sie machen 1, 2, 3 Lass uns mal schauen Ja ja, ich hab's versucht Lass uns mal schauen Lass uns mal nicht schießen Seht aus als ob sie einen Plausch halten Abbrechen Angreifen Das war ein 2-4-1, bitch Ok, alles frei In your face Gar kein Problem Bin fast in Position Wir müssen die restlichen Verhalten halten Zwei Ziele blockieren meine Route Mach sie alle wenn die wachen woanders hinschauen Roger Ah, bin ich geil Ah, bin ich geil Colt, die haben mich Hilfe Valai, zipp dir mal Hilfe, Hand Danke Kumpel Ich schuld dir ein Bier Da komm ich drauf zurück Ein Ding Tja, wir haben da oben 3-2, ich hab Verbindung mit unseren Jungs Wir machen uns bereit das Radar anzugreifen Verstanden? Gut, verstanden Alles im Blick Hier haben wir zwei Leute Angreifen Angreifen Scheiß die Scheiß gerade aus Jetzt geht's los, Feuer Angriff Zack Zack Seid zu schein Und schön Die Pressleister Alles safe Los, los, los Dude, unseren Virus in ihr System zu laden sollte kein Problem sein Wir denken es handelt sich um Post-Serviet-Ausrüstung Roger Ziele reicht Virus wird jetzt hochgeladen Fertig Dieses Ding registriert jetzt nicht mehr ein Meteoriten-Einschlag Moment, wir haben hier was Das hattest du dir an Wegen dem Spion Befrage ihn natürlich, Idiot Bring ihn zum Apartment von Boss beim Heli-Landeplatz Ihm darf nichts passieren Verstanden? Ja, wo ist er? Ich wette, wenn diese Leibwächter ihn zu besacken bekommen Dann muss man wieder die Wände schrungen Wir müssen die Daten an Chaser weitergeben Wir halten sie auf dem Laufen Henderson gehen sie voran zum Übergabeort 3-1 für die Nachzügler wegputzen und mit dem Boot hinterher kommen Eier, wir brauchen Eier Eier So, Gesamtspielzeit 30 Minuten 47 3 Minuten 9 Keine Ahnung, was das heißen soll Hölle Feinde Gesamt 46 29 Doppelte Abschüsse Gesamt 0 Steak Steak 2 Alarm ausgelöst Plus 3 Hoppala getötet Minus 1 Gut, wir waren einiges Mal getötet Ich glaube, es ist ein Vergleich das letztes Abend Gesamtgenauigkeit 66 Und 6 Oh, minus 16 Prozent, ey Eier 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 Eier